Michael Madl wechselte im Sommer innerhalb der Austria-Familie. Vom aktiven Profi auf die Trainerbank. Sein Blick auf den Fußball hat sich nach einigen Monaten, also 18 Co-Trainer, bereits verändert. Als aktiver fährst du zum Training, machst du eigentlich nicht viel Gedanken, was da heute passiert. Du gehst raus, es ist alles aufgebaut und trainierst eine eineinhalb Stunden und damit war es das für einen Platz dann auch schon wieder. Es gehört schon einiges mehr dazu als Trainer. Sei es das Organisatorische, was die Jungs betrifft, mit den Schulen hin und wieder, Trainingsplanen, Trainingsnachbesprechen. Man schaut auf dem Fußball schon ganz anders auf, was Spiele betrifft. Auch Champions League-Spiel habe ich als Spieler einfach nur genossen und haben mir das einfach angeschaut. Als Trainer merkt man schon, dass man vielleicht ein bisschen auf andere Sachen achtet. Da ändert sich der Blick schon ziemlich. Akademieleiter Florian Mader sieht in Michael Madl einen wichtigen Baustein in der Entwicklung der nächsten Austritttalente. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, ihn bei der O18 reinzugeben, weil ich denke, dass er gerade in der O18 den Spielern sehr viel mitgeben kann. Auch im Übergang, weil er ja aus dem Profibereich kommt, selber mit 16 Jahren beim AC Milan auf der Liste gestanden ist, an Höhen und Tiefen durchlebt hat und ich glaube, gerade in dem Bereich ist er eine extremer Mehrwert für uns. Er macht es super, ist mit sehr viel Leidenschaft und Einsatz dabei und ja, macht extrem viel Spaß, ihm zuzuschauen. Was ich schon mitgeben kann, ist, dass vor allem in der O18 bei uns sie realisieren müssen, dass es dann schon langsam mit dem Profifußball geht. Diese Umstellung sollte eben nicht so groß sein, dass wenn wir jetzt dann unseren Weg nehmen über die Jagen-Weilers und die Kammmannschaft oder direkt in die Kammmannschaft, dass wir sie da eben vorbereiten müssen und dass sie schon wissen müssen, dass es ein Haifischbecken ist. Abgesehen davon natürlich auch, dass eine Ausbildung nebenher wichtig ist, weil vor 24 Leuten bei uns im Kader wird jetzt nicht jeder zum Bochifußballer schaffen. Das ist die harte Realität und dessen müssen sie sich boost sein und ich glaube, dass ich da doch einen ganz guten Input geben kann mit meiner Vergangenheit. Ich glaube, das Wichtigste ist doch die Arbeitseinstellung, der Wille sich weiterzuentwickeln, die Lernwilligkeit und ich kann das auch sagen, weil ich glaube ich relativ jung sehr talentiert war, habe dann glaube ich muss nichts machen und es dann langsam bergab war und ich bin relativ spät drauf gekommen, aber Gott sei Dank habe ich die Kurve noch gekriegt und deswegen glaube ich auch, dass ich ihm das schon ganz gut vermitteln kann, dass neben Talent noch wichtiger ist diese Lernwilligkeit und diese Arbeitsmoral. Trainer Manfred Schmidt schenkt in der Kampfmannschaft vielen jungen Eigenbauspielern sein Vertrauen. Ein klares Signal an die Austria Akademie. Ja, das ist extrem wichtig, weil auch die Jungen, glaube ich, jetzt sehen mittlerweile, dass der Weg von einer 18 in die K-Mannschaft nicht extrem weiter ist. Es ist auch schwieriger, aber wenn man seine Leistungen bringt und wenn man sie empfiehlt, dann kann das schnell gehen. Wenn man jetzt schaut, Leo Ifgit spielt, Motzl-Braunöder spielt, Mucki spielt, Can Keles hat jetzt erstes Tor gemacht. Das ist schon für die Jungs auch wichtig, dass sie sehen, okay, vor ein, zwei Jahren ist der noch da neben mir gesessen oder in der Kabine und jetzt spielt er bei der Kampmannschaft. Also das ist schon extrem wichtig und dann natürlich top, dass der Trainer oder das Trainer Team für der Kampmannschaft interessiert, welche potenziellen guten Spieler in der Akademie sind. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen versucht Michael Madl, den jungen Austria-Spielern noch abseits des Fußballs Werte zu vermitteln. Ja, ich habe das Glück, dass ich mit Mark McCormick und dem Sattlerfloor am Totswar, ob die schon lange Geschäft ist, weil der Mark ist schon ewig im Fußballgeschäft, kann da tagtäglich auch von ihm lernen und es wird, abgesehen von der Art, wie wir auch Fußball spielen wollen, wird auf Respekt gelegt. Der Mark hat so einen Leitsatz, protect the team, steht über einem, abgesehen vom Fußball, den wir ihnen beibringen wollen. Wollen wir ihnen schon auch fürs Leben was mitgeben, weil, wie gesagt, es werden nicht alle aus der Akademie Profis werden und wenn sie fußballerisch was mitnehmen können und fürs Leben auch noch, dann hast du, glaube ich, schon sehr viel erreicht und der neue Leitsatz von Mark ist, auch von uns ist Maximize Young Guys Potential. Das hat jetzt nicht nur mit Fußball zu tun, sondern auch mit dem Leben und ich glaube, das ist die richtige Herausforderung. Michael Madl ist neben Manuel Ortlechner, Manfred Schmid, Florian Mader, Andi Ogris und Ivi Savastic einer von vielen ehemaligen Austraspielern, die wichtige Funktionen im Verein einnehmen. Und wenn du dann zum Beispiel mit einem Maderflo oder mit einem Ivo oder mit einem Ortl Leute zum Verein bringst, die beides haben, natürlich umso besser die gut in ihrem Fach sind und genauso den Verein innen auswendig kennen, ist das natürlich schon ein Vorteil. Ich glaube, dass die Fans das honorieren, ehemalige Spieler da einzubinden und deswegen ist das schon ein guter und richtiger Weg.